Das ist so sick. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, dass ich nichts Falsches sage. Schmordel und Jam Jam, danke für die Subs. Okay, wir warten jetzt, bis jemand einen sicken Trick macht, Postchamp. Ich versteh nicht, da ist eine Frau in einem Rollstuhl. Was genau hat die vor? Oh mein Gott, sie geht rein, sie droppt in die Pipe. Oh nein, ich bin nicht ready dafür. Oh, was? Was? Das ist verrückt. Ich habe es verloren. Das ist verrückt.